Hallo zusammen, ich bin Raphael Köhno und ich hoffe, ihr seid gesund und auch geht's gut. Ich bin momentan in meinen eigenen Bierwände, wie wahrscheinlich die meisten von euch. Ich versuche, mich mit ein bisschen Training und Homeschooling aufzuhalten. Meine Erinnerungen, ich habe sehr gute Erinnerungen an EZF Isp. Ich habe meine ganze Nachwuchsabteilung gemacht, dass ich von sehr vielen guten Nachdennern profitieren konnte. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich sehr viele Kollegen kennenlernen konnte. Ich habe weiterhin noch Kollegen, Bestkollegen. Das ist wirklich etwas, das ich wirklich frei dran habe. Die Trifft verfolgen, selbstverständlich. Die Trifft verfolgen sehr. Die Trifft werden extrem viele Drehgelegen, schade. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich den Kader so anschaue, und ich kenne auch viele Spieler, die neu sind gekommen, und ich habe das Gefühl, dass der nächste Drehzeit eine super Mannschaft wird. Meine Erfolge, meine schönsten Erinnerungen an EZF Isp. Ich glaube, dass ich dich sicher einzuweisen, das war der Elite W-Meistertitel mit dem EZF Isp. Wir haben eine super Gruppe zusammengekann. Ich habe ein geiles Jahr gesehen. Auf die Bilder, auf die Fotos, die ich gerne habe von damals. In diesem Sinne wünsche ich, dass ihr alle gesund bleibt. Bleibt zu Hause und bis bald wieder in der Reischhalle oder sonst irgend so. Ciao, ciao.